Hallo, hier ist der Dreiber mal wieder unterwegs, mit dem Nighty unterwegs. Ich habe meine Tasche vergessen zuzumachen. Ah, dann ist gut. Irgendwas vergesse ich immer. Da, genau. Ein Rundchen drehen, haben wir heute Samstag, beste Wetter, Mopedwetter. Spazieren fahren darf man ja nicht sagen, glaube ich auf jeden Fall, ist verboten. Man muss immer ein Ziel haben. Herrlicher Wetter. Da haben wir 20, 21 Grad und die Aussicht hier. Wahnsinn. Jetzt haben wir, glaube ich, erst mal Richtung Hüppler führt. Also, das darf man, glaube ich, gar nicht sagen. Wenn die Polizei eine anhalten, wollen sie hin. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt fragen darf. Also nicht spazieren fahren darf. So lange kann ich einen Video mehr, ich muss put mir an. hier 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 in den Witz Ja, bitte mal aufpassen, da kommen wir manchmal allen entgegen geflogen und dann den Berg Ach, heute sogar auch einen Berg drauf zeige ich mal ein Bild von hier von dem Berg nicht oben drauf hat man ja schon eine geniale Aussicht Wo soll man denn hinfahren? Ich glaube schon im Umberg wollte ich Ja, im Umberg Aus Ohrbach da komme ich doch erst her der Berg und Umberg Ja, eigentlich Hoffentlich verfahr ich mich nicht Aber ich glaube nicht Dann kommen wir jetzt hier Richtung Meinerzeit Ja Da ist der Nauti Schönen wir es machen jetzt Der ist jetzt auch mal wie meins Der ist auch hier richtig Mal normal, ja Da bin ich ja wohl noch hergekommen meine ich Ne, da bin ich nicht hergekommen Ist das hier den Nordhelle? Ich weiß es nicht Ne, kann nicht sein Ich bin mal wieder verrückt gefahren Ich bin mal wieder verrückt gefahren Ne, ich muss jetzt meine halten Ich bin mal wieder falsch abgebogen, ne? Ja, der ist jetzt einmal Da oben ist der Umberg, der ist jetzt einmal rumgefahren Achso und jetzt? Die kommen Nochmal zum Turm hoch und dann anders rumfahren Ja Oder? Ich kenn mich hier nicht aus Ich kenn mich hier nicht aus Ja, mir ist doch egal, fährst du ein kleines Stückchen vor Ja, ich dachte, du wurdest zu dick gefahren Mal wieder runter gefahren Achso, ja, ich war auch immer total verrückt, ey Dann fahr mal nach Ohrbach Ja Ja Typisch Ah, ich glaube, ich soll gleich noch mal rauskommen Ah, ich glaube, ich soll gleich noch mal rauskommen Ja Jetzt sind wir wieder am Umberg Einmal einen Rundkurs So, dann mal eine kurze Runde Um den Umbergturm, sag ich mal so Mit dem Neiti Oh, oh Dann sag ich mal, äh Ja, ähm Bis dann, euer Treiber Ciao, ciao Na, cool Ciao 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 izz